Das macht so einen richtigen ehemaligen Werksrallye-Fahrer aus. Er ist den ganzen Tag besoffen und du schläfst wieder im Bus. Richtig. So ist es. Wie du filmst jetzt. Wie du filmst. 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 Das war's für heute. Und noch lachst du? Du musst das Ding sauber machen. Nein, ich muss es nur richten. Henry, wo ist das Lenkrad? Hallo liebe Liebenden, willkommen bei JW Sport. Wir sind heute in Oschersleben auf der Autocrossstrecke. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, deswegen machen wir mal eine kleine Streckenvorstellung. Jetzt abends, wir sind alleine. Die anderen, die mit uns getestet haben, sind alle weg. Wir nutzen jetzt die Chance nochmal und fahren nochmal über diese schöne Naturstrecke, dass ihr euch die auch mal angucken könnt. Euer Fahrer aus Max Walter. Viel Spaß dabei. Da haben wir erst die Bordel dran, bevor du die Handschuhe anziehst, jetzt hast du kein Gefühl mehr. Also machen wir jetzt mit Start. Machen wir Start und zweiten Gang wieder. Zweiten los und ich lasse wieder den Stein fallen. Schnell bein Steel. Schnell bein Real teilt diese goofy bei dir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017